Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Wir checken auf jeden Fall den Gegenstandshop vom 17.7.29 ab. Das Ganze hat sich schon aktualisiert, hab das Ganze leider verpasst, aber nichtsdestotrotz, meine Freunde, gehen wir einfach direkt in den Itemshop und schauen uns an, was da heute drin ist. Let's go! Und... Okay. Okay, okay, okay. Also soweit nichts Neues. Okay, alles klar. Kein Stress. Wir schauen uns alles nach und nach an. Ich würde sagen, wir fangen wie immer eigentlich an, und zwar im täglichen Bereich. Im täglichen Bereich haben wir hier zum einen Powercord. Powercords nach 31 Tagen wieder zurück. Dann haben wir Wise am Start. Der Kollege ist nach 221 Tagen wieder zurückgekehrt. Wir haben hier Kontrast. Das ist das Seltenste aus dem heutigen Shop. Nach 375 Tagen wieder zurück. Kostet uns 500 Dollar. Dann, meine Freunde, geht's eigentlich auch schon weiter. Und zwar Tanzpagat. Tanzpagat, meine Freunde, 500 W-Bucks nach 30 Tagen zurück. Und beide Emotes hier, wie ihr sehen könnt, los, Mufasa und Jabba Rütten. Sind nach 33 Tagen zurückgekehrt. Dann geht's eigentlich auch schon weiter hier nach oben. Das komplette Kenji-Paket ist, beziehungsweise Faltenklamm-Paket, ist nach, ich glaube, 37 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir natürlich hier alles, was dazugehört. Gleiter, Spitzsacke, dies, das. Sollte auf jeden Fall euch allen bekannt sein. Dann fangen wir hier ganz links an. Hier haben wir die Renegade Raiderin. In der Lava-Edition einmal nach 33 Tagen wieder zurück. Dann haben wir hier die ganzen Lackierungen nach 31 Tagen wieder am Start. Wir haben das Stillschweigen-Paket wieder zurück. Und zwar nach ebenso 32 Tagen. Und ich denke mal, alles Weitere kennt ihr. Das war es dann auch schon gewesen, meine Freunde. Lass gerne mal einen Daumen da. Vergiss nicht, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich verabschiede mich. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein, geht mit mir mit Feuer. Euer Frips und ciao.